Hammerwerfen, wie strahlend der Borlaasch Kiesch in den Ring ging. Ah, dafür hat er nochmal alles hineingelegt in den Wurf. Der ist aber noch die Spannung, die Spannkraft hatte. Und jetzt die Frage, reicht es, ich glaube, nicht? Und Gecek stand 6, 7 Meter entfernt, walte die Faust und zeigte an. Tollen Weltkampf hast du geliefert. Jetzt vermutlich wird Kiesch auf Gecek zugesetzt.